Die in Auftrag gegebene Anlage wurde entworfen, gezeichnet, mechanisch und elektrisch aufgebaut. Jetzt ist sie fertiggestellt und bereit auf Herz und Nieren geprüft zu werden. Mein Klasspilanz, die Anlage ist jetzt fertig. Alles nach Dein Wünschen auf Dich. Ich gebe noch eine Beistellung, die fehlt. Das ist das SEM-Modul, das wird aber erst vor Ort eingebaut. Wunderbar. Schauen wir mal rein. Die Verstärkung wird noch fehlt. Sonst waren keine Fehlteile, was mit den Kabeln bereit ist, alles in Ordnung gewesen. Alles super war das, ja. Die Tür sieht gut aus. Okay, gut. Klima, um den Antrag zu prüfen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, schönen Tag. So, Dennis, die Anlage ist jetzt fertiggestellt. Die soll sich jetzt prüfen. Wir schauen mal kurz rein. Dies war ein Fehlteil, das wird aber jetzt vom Kunden eingebaut. Also kannst du, hier sind die Klinge alle da drin. Viel Spaß. Ja, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Dennis schließt die Anlage im Prüffeld an einen der hauseigenen Prüfwagen an, mit denen jede Situation simuliert werden kann, auf die die Schaltanlage reagieren muss. Nicht nur die korrekte Ausführung der Verdrahtung wird jetzt geprüft, sondern auch die Funktionsweise. Ist zum Beispiel die richtige Phasenfolge bei der Verbindung zwischen Motorschutzschalter und Schutz verdrahtet worden? Wie reagiert die Anlage bei Netzausfall? Hierfür gibt es festgelegte Prüfabläufe und ausführliche Prüfpläne. Ein weiterer Blick wird auf die über Relais gesteuerten Hilfsantriebe geworfen. Ein solcher Hilfsantrieb sorgt zum Beispiel dafür, dass sich Jalousienklappen öffnen, wenn das Aggregat zu viel Hitze erzeugt. Ebenso wirft Dennis noch einen Blick auf die Klemmen, die gemäß Schaltplan verbaut sein müssen. Weicht die Funktion der Anlage von der Vorgabe ab, werden Änderungen besprochen und gegebenenfalls für die Dokumentation markiert. Ja, das wäre ich mit der Anlage. Ich habe die Anlage auf Funktion geprüft und ich habe alle Fehler für mich gefahren. Du kannst jetzt eine Änderung machen und die überreiten Schaltpläne kannst du auch mitnehmen. Genau, wir müssen ja übertragen, wir müssen die richtigen Standauslieferung. Ja, alle Änderungen, die ich gemacht habe, habe ich gut markiert. Ja, die Digitalisierung nimmt in jedem Bereich bei uns an der Fertigung zu. In der Fertigung selber, in der Produktion sind wir schon sehr digital. Im Prüffeld werden wir Stück für Stück weiter digital. Einiges wird noch mit Papier gemacht. Wir arbeiten aber daran, dass wir da auch die ganzen Prüfabläufe komplett digitalisieren und dort auch papierlos werden. Okay, dann starten wir jetzt ab hier gerade mal einen Testkonus. Dann muss er automatisch starten. In der nächsten Folge wird die Anlage an die Buristik übergeben und das Projekt abgeschlossen. In der nächsten Folge wird die Anlage an die Buristik übergeben und das Projekt abgeschlossen. In der nächsten Folge wird die Anlage an die Buristik übergeben. In der nächsten Folge wird die Anlage an den KSK in 100. In der ersten Folge wird die Anlage an den KSK. Ausatmen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020